Immer schön dort an, wo man anfängt, nämlich oben. Also ich mach jetzt den gesamten Hangar frei, damit wir uns hier auch frei bewegen können. Oder ist das wirklich nötig? Ja. 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 Ist das wirklich nötig? Bin auf dem Weg. Jawohl, Sir. Ist das wirklich nötig? Okay. Ja. Ja. Nicht gut. So. Ja, genügend gespielt. Komm nur mal raus hier, Queenie. Na klar. Äh, mit Doppelklick meine ich, dass du rennen sollst. Wunder mit dir. Na klar. Gut. Jawohl, Sir. Bin auf dem Weg. Nein, 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 nein. Anquatschen sollst du. Äh, und in die Richtung gucken lassen. Lass uns dorthin gehen. Super, Sir. Lass uns dorthin gehen. Der schaut doch... Ne, der schaut nicht. Ich bin schon weg, Sir. Warte mal aufstehen. Gucken, ob er entdeckt wird. Überlass das mir. Puff, puff, puff. Rennen. Ja, die Tür war jetzt zwar ge-x das angeblich, dass ich durch kann, aber wir... Äh, eigentlich ist ja die Tür verschlossen. Stehen zur Verfügung. Alle runter. Warten auf ihre Befehle. Kompanie abrücken. Sind schon unterwegs. Gesamtkonie abrücken. Sind auf dem Weg. An die Arbeit, Männer. Jawohl, Sir. Unnauffällig bin's. Sip, 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 sip. Ja, wir haben jetzt also ganz schnell mal... Irgendwie schnell die sind. Und wie langsam Queenie ist. Und der ist in Special Forces, man. Game over, man. Game over. ja ich bin dabei aus damit hier voll am ausfassieren wie zu viele leute vor der führung rennen und runter wie sie befehlen zu euch stehen zur verfügung sind schon unterwegs zu ihrer verfügung sir krieg so viele nicht die auswahl dafür eine soundkulisse zerreißt den ganzen raum hier und nach oben und runter und hoch und runter back to serious business anquatschen flosse los dazu sind nicht mit gut bin auf dem weg du mal da raus das war kein problem da werden wir direkt am treibstoffdepot zu ihren diensten wäre eine maßnahme aber wir waren das hier schön nach der reihe jeder ist dann dran wenn er dran ist ende der diskussion da ist eine treppe die wirst du jetzt nehmen ihren diensten krabbelst du bis dahin deine sicht will ich mal gerne haben zu ihrem dienst so er raucht das ist natürlich eine der stelle ist da nicht rennen aber manchmal speichern und in der ganze geht weiter und damit erledigt ihr kennt ja dass man hier mal schnell zählt also wenn jetzt welche sagen oh mein gott du speicherst doch viel zu oft und und alles und ja ich will ja hier auch vorankommen man kann es bestimmt auch ohne so häufig speichern machen das sehe ich ein dass das sicherlich geht und auch sicherlich nicht so nervig für eine let's play sein würde das Problem ist halt dann wird es ihr auch ganz schnell öfters sehen wie ich bestimmte dinge öfters mache das nervt im endeffekt dann ja eher euch als mich zu ihren diensten ach du scheiße gucken hier viele diensten ach du zu ihren diensten wir stehen dazu zu ihren diensten was magst du dir ich bin ein vorgesetzter mache bin unterwegs was er ist eigentlich noch ein tauch ausrüstung ich bin dabei das war kinderkram brauchte gar kein platz doch da tauchflasche können wir auch mal hier schön hechtsprung rein machen war sofort erledigt dazu bin ich bestens geeignet dazu bin ich bestens geeignet schlecht ich kann zwar hier lang schwimmen aber tauchen geht nicht tauchen ist nicht geht nicht überall bin ich wusste ich ja schon vorher bin unterwegs wird sofort erledigt alles erledigt wird sofort erledigt ja das ist also auf jeden Fall gut gemacht dann los zu überdienst wird sofort erledigt das sei ja fast gekonnt aus sag ich mal gut der wöscher die ganze schönheit hier mal speichern so das gute ist wenn man den spion vorschickt dann sieht man ja immer wer wohin guckt schon das ist mein ding gut den krieg mir hier erst recht nicht bin bereit wie sie befehlen allzeit bereit hier sehen wir auch schöne geschütze hinten auch noch ein buch geschütz oben der ganze aufbau kann man ja ausfahren lassen und hier geht's rein und äh hier geht's rein und da und da zu ihrem dienst also U-Boot ist auch schön das werden wir noch im detaillierteren bereichen sehen ach so der andere sieht mich bin bereit wie sie befehlen so wenn er da steht aber nicht will ich also eher seine Sicht haben wird sofort erledigt das ist ja eine ganz beschissene Sichtweise so geht's ja eigentlich gut jetzt guckt er da aber er bleibt relativ lange da hinten stehen das heißt das sollten wir eigentlich mit links schaffen so dann schmeißen wir den ja eh gleich genau dazu bin ich bestens geeignet jetzt wollen wir drehen wenn du mal ein Feld ziehen dazu bin ich bestens geeignet alles erledigt rausnehmen und jetzt war's er mit ihm bitte weg jetzt war's er mit ihm wird sofort erledigt jetzt habe ich gar nicht in die Hähne die sollen sich nicht immer so haben das ist mein Ding Achtung ah das lässt du mal so drehen hey gerade ging das doch noch die Wand kann ich laufen lassen das ist toll gucken ob das gleich nochmal geht zu ihrem Diensten das ist mein Ding wie weit geht das ja zu ihrem wird sofort erledigt dazu bin ich bestens geeignet alles erledigt manchmal passiert es quasi auch ein Fail im Sinne von jemand entdeckt einen gefesselten was man eigentlich ja als Fail betrachten würde aber im Endeffekt ist es dann doch gut weil dann kommt es nämlich zum Beispiel wenn der da einen sehen würde würde der bis hinrennt ihn aufschnüren und in der Zeit stehe ich hinter ihm und so ein Spinning Wurfmesser tut weh im Rücken das kann ich euch sagen das ist mein Ding so lenken wir den mal ab Flosser der Mann der Stunde quasi wird sofort erledigt und der guckt hier runter der guckt hier rüber wird sofort erledigt und da drinnen waren wir ja schon geeignet das heißt das war Kinder schafft den Leutnant darin da haben wir eh schon Leichen gebunkert ich bin dabei komm wir hier noch irgendwas Tolles mitnehmen ja hier du kannst ich bin dabei mitnehmen oh ja neues Zeug ich bin dabei und damit hier wie sie befehlen so du kommst hierher dich nein Sir was ist hier drüben eigentlich drin nee guck mal lieber rein man weiß ja nie ausgeführt nur ein ach ja zu ihrem Dienst ausgeführt zu ihrem Dienst ich glaube da ich weiß nicht ob der Alarm oder ausgeführt wird aber wenn man das aufmacht ausgeführt dann fließt jetzt da Wasser rein zu ihrem das ist mein Ding ach Mist das war das falsche Tor ah ja jetzt ist dieses ist dieses Tor offen das heißt wir könnten auch rausschwimmen rein theoretisch könnte man also wenn man das zufällig so hat dann irgendwann mit dem Boot da vorne reinfahren also ich glaube nicht mit dem Boot direkt reinfahren aber man könnte zum Beispiel Flosse von da rein schwimmen in der Theorie das ist mein Ding aber Flosse braucht man eigentlich also ich finde Flosse braucht man vorher auch aber jeder hat ja seine eigenen Strategien das ist mein Ding genau wir sehen da unten da sind ja gerade noch Leute ausgeführt ich weiß gab es ja nee zu ihrem Dienst das ist mein Ding ging das denn weil ich soweit ich weiß konnte man glaube ich das Tor auföffnen dann sind die hier gestorben weil das ja alles überflutet wurde das war ja jetzt schon geflutet ich dachte ja eigentlich das ist mein Ding mysteriös mysteriös ihr nehmt einen Schluck gucken auf die Zeit und sehen oh mein Gott Zeit schreit voran gab es hier nur ein Ding ausgeführt geh nochmal rein das ist mein Ding das ist nur für das Linke ausgeführt das ist mein Ding was macht dann das hey ah ja die Hangartore waren ja auch da welches öffnet denn denn das Hangartore da ist nicht mal sowas wofür der Stand dann ist keine Ahnung da oben ist nichts der Funk geht dann rum und das ist der Funkraum hmmm mysteriös mysteriös egal landen wir dann so schauen wir kurz mal unsere neue Taktik an also wir werden jetzt den Bereich hier ich glaube es wird Zeit dass wir draußen ein bisschen stiften gehen Pionierstar Flosser dich wie sie befehlen ja spätestens wenn wir dann die Bonusbücher sind bereit wir folgen ihnen wird es eh nötig sein lasst uns gehen hier ein bisschen mehr Zeug zu machen naja ich bin bereit gut so ging es vor hätte ich mal gesagt ich glaube hier vorne so einfach rauszugehen und ich glaube das wird schwer oh jetzt bis gleich ach so sorry ach Kopf genießt es genossen zu niesen äh ja die können hier alle straight rausgucken wir können es hier raus versuchen hätten wir nur die dämlichen Hunde da ich glaube das wird man schaffen zumindest besser als anders hat er noch das Hundefutter natürlich nicht wir hatten das Hundefutter ging schnell oder im Endeffekt hat es keiner mehr ich werfe nie das Handtuch ah ja Whisky hat es bin auf dem Weg noch ne Sekrette Whisky bist ja mein guter Freund warum hat der Spion eigentlich was abbekommen egal give me please this and you hold this for me warum auch was man nicht ja will Ordnung reinbringen das sieht dann ja aus es sieht ja nicht nach Soldaten aus es sieht nach Lulatsch aus sieht das hier so weil die Hunde glaube ich können mich entdecken oder ähnliches sie sind nervig sagen muss man so es wird auch glaube ich unsere letzte Aktion für diese season seid ein SIP eingeworfen damit haben wir oh sind das drei Hunde oh alle betäubt ich wusste nicht ja weißt du ja hast du die Schere ausgeführt Whisky so so nehmen wir noch einen Zug wunderschön schneiden wir uns mal durch diesen Tauen hier der stört nämlich der Strom steht ja gottländlich der guck mal hier mal durch das ist nämlich sehr lustig verdammt fast wartet das ist nämlich lustig das ist mein Ding ein bisschen Überdruck richtig heißes Gas so richtig so richtig heiß bin auf dem Weg also so richtig hier drüben